... immer nur lustig. Doch diese Herausforderung meistert sie mit einem Charme und einer Freude, die ihresgleichen sucht. Und dafür geht die goldene Ehrenhände an Lena Meyer-Landrud. Doch dann konnte man erleben, wie jemand, der schon vor 125 Millionen Menschen gesungen hatte, doch ein kleines bisschen nervös wurde und improvisieren musste. Aber sie tat das mit dem ihr eigenen Charme. Sie freute sich einfach. Ach, Wahnsinn! Ich krieg eine goldene Henne. Das ist... Ja, danke. Was sagt man? Ich hab noch nicht so viele Preise in Empfang nehmen dürfen. Man sagt, und ich möchte sagen, vielen Dank. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist und warum ich das plötzlich jetzt bekomme. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Und ich frage gleich auch noch mal nach, bei wem genau. Ich schätze einfach bei allen. Ich fasse sie mal an. Es fühlt sich gut an. Ja, ich... Was sage ich? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hier steht drauf Super-Illo. Goldene Hände 2010. Deutschlands Scham-Botschafterin. Aha! Super-Illo und alle anderen. Herzlichen, herzlichen Dank. Wahnsinn! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.